Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet. Jetzt fängt der Oktober an. Das ist ja ein gefährlicher Monat für die Aktien. Oftmals Rückschläge, das höchste Downside Risk im ganzen Jahr. Also der gefährlichste Monat bis Halloween. Deswegen gibt es ja auch den Halloween-Effekt. Falls Sie den nicht kennen, stöbern Sie mal auf meinem Kanal. Also jetzt ist ja ganz, ganz spannend, auch noch vor der Wahl, wird denn die Zinssenkung im September ausreichen? Die Aktienmärkte zu stützen bis zur Wahl oder wird hier wirklich die Saisonalität zugreifen und die Aktienmärkte nach unten drücken? Das wollen wir uns in diesem Video angucken, besonders wenn wir uns anschauen, wie saisonal verhalten sich die Anleger denn überhaupt? Und wie optimistisch oder sind sie eher vorsichtig? Und natürlich, was haben wir von einem saisonalen Oktober zu erwarten? Wie groß werden die Drawdowns werden? Und so weiter. Alles gleich nach dem Intro. Bevor wir uns genau anschauen, welche Saisonalität wir erwarten können, wie der Oktober normalerweise verläuft und wo die Risiken sind, schauen wir uns erst mal an, wie saisonal ist denn der September gelaufen? Und das machen wir anhand der Renditefaktoren, nämlich Größe und so weiter. Wir schauen uns auch gleich die Größe an. Das heißt, wir vergleichen die Large Caps, die 200 größten Aktiengesellschaften im Stocks Europe 600, mit den 200 kleinsten Aktiengesellschaften im Stocks Europe 600 und vergleichen hier die Rendite. Und wir sehen, dass die Large Caps verloren haben, 1% Minus und die Small Caps, die hatten einen kleinen Gewinn 0,21%. Das ist ganz typisch für den September, deswegen hier das grüne Blatt, das Sie sehen, aber auch ein optimistisches Zeichen. Denn in einem Aufschwung laufen die kleinen Aktiengesellschaften besser. Warum? Die haben mehr Potenzial, die gehen stärker nach oben ab, weil sie einfach mehr Wachstum vor sich haben als die großen Aktiengesellschaften, wenn der Markt optimistisch nach oben geht. Bei Pessimismus und fallenden Märkten natürlich gerade umgekehrt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein gutes Zeichen. Und wenn Sie meine Videos verfolgen, wir haben ja schon seit Jahren, oder es sind, glaube ich, fast zwei Jahre, dass die kleinen nicht so richtig laufen und jetzt kommen sie in Schwung. Und ich glaube, das wird jetzt auch das Ende der Anomalie sein. Das nur nebenbei. Aber von der Saisonalität her sehen wir, im September haben sich die Anleger saisonal typisch verhalten. Und optimistisch, auch wenn es auf und ab geht. Dann schauen wir uns den nächsten Faktor an, nämlich Growth und Value, also Wachstumswerte und Value-Werte, werthaltige Werte. Da sehen wir, dass die Growth-Aktien verloren haben, 1,97%. Und das ist schon mal sehr, sehr verdächtig, denn die Zinsen sind ja runtergegangen, und zwar ungefähr in der Mitte des Monats. Und trotzdem haben jetzt die Growth-Werte nicht so richtig gezogen. Man muss dazu wissen, Wachstumswerte sind oft hoch verschuldet, sind sehr zinssensitiv. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, gehen die Gewinne runter. Aber jetzt sind ja die Zinsen gefallen und trotzdem sind hier die Wachstumswerte nicht richtig angezogen. Verdächtig. Schauen wir gleich nach, wie verdächtig das ist. Und die Value-Aktien, die haben einen richtigen Aufschub bekommen. Das ist eigentlich ganz, ganz typisch für eine Zinssenkung, weil auch in den Value-Aktien, das sind gerade die Banken, die ja ganz zinssensitiv sind drin. Und deswegen ist es hier nicht verwunderlich mit 7,65% plus für Value-Aktien und 1,97% Verlust für Growth-Aktien. Also, dass die Wachstumswerte zu schlecht gelaufen sind, das ist sehr untypisch. Aber wenn man jetzt die Saisonalität betrachtet, ist es wieder ganz typisch. Also, es ist ganz, ganz typisch, dass im September die Anleger eher auf die Value-Aktien gucken und dort investieren. Und dann natürlich noch den Schub durch die Zinssenkung und auch den fallenden langfristigen Zins. Das hat die Value-Aktien beflügelt. Saisonal ganz typisch. Und deswegen auch ein gutes Zeichen für die Börse, 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 Entschuldigen Sie, den Versprecher. Eigentlich müsste ich das gelb machen, denn, ich mache das gleich mal gelb, denn, wenn Wachstumswerte nicht so gut laufen, dann ist das eigentlich nicht so ein super Zeichen. Also, ich würde mal sagen, es ist ein gutes Zeichen, weil Saisonal typisch. Aber, es gibt doch Anleger, die hier am Wachstum zweifeln, trotz der Zinssenkung. Dann schauen wir uns den nächsten Faktor an, nämlich die zyklischen Aktien, also die Industriewerte, die besonders gut laufen, wenn wir eine positive Konjunktur haben und bei einer Rezession eher schlechter laufen und die defensiven Aktien, die nicht ganz so empfindlich sind, was die Konjunkturzyklen angeht. Wir sehen hier, dass die zyklischen Aktien 1,19% plus haben und die defensiven Aktien minus 2,97%. Also, die defensiven wurden stark verkauft und die zyklischen haben dazugewonnen. Hier gab es Umschichtungen. Und das ist ein super gutes Zeichen für die Börse, weil es bedeutet, dass es Aktionäre gab, die sagen, die defensiven Titel sind mir jetzt zu langweilig. Die haben zwar Dividende, aber ich glaube, durch die Zinssenkung auch, wir sehen ja gerade ab dem 19., kurz vorher schon, gingen die zyklischen bergauf. Durch die Zinswende haben wir einen positiven Konjunkturzyklus und deswegen glaube ich, die zyklischen sind besser und da kaufe ich mir die schon mal ein. Das ist die Botschaft, also sehr gute optimistische Reaktion der Anleger, allerdings saisonal untypisch. Also im September, das ist ja auch ein gefährlicher Monat, bevorzugen die Anleger eigentlich die defensiven Titel. Saisonal untypisch, aber ein sehr gutes Zeichen für die Börse. Schauen wir uns den letzten Faktor an, nämlich Momentum-Aktien. Also die Aktien, die sowieso schon gut gelaufen sind, die haben 1,6% verloren im September und der Markt, also der Stocks Europe 600, der ja maßgeblich ist für alle Renditefaktoren, also wir betrachten immer Teile dieser 600 Aktien, minus 0,71%, also für Europa ging es nach unten, für USA nicht. Auch ganz interessant, das ist saisonal auch typisch. Die Momentum-Aktien sind im September eigentlich gar nicht so schlecht, eigentlich gleich auf. Insofern ist es ein kleines Warnzeichen für den Markt und saisonal nicht ganz typisch, dass hier so ein großer Unterschied von 0,9% ist. Also das ist eigentlich ganz untypisch für den September. Fassen wir zusammen, also die Renditefaktoren zeigen überwiegend eigentlich Optimismus am Markt, also dass die Aktienkurse steigen und sie sind zum größten Teil auch saisonal typisch. Und deswegen schauen wir uns mal an, was können wir erwarten, denn ich glaube, wir können das so rauslesen, dass der Markt schon saisonal ist und wir auch erwarten können, dass im Oktober Saisonalität am Markt ist und wir eventuell genau das erwarten, was wir uns jetzt anschauen. Wie sieht denn die Statistik aus? Wir sehen, dass der Oktober der gefährlichste Monat ist mit 0,75% Rendite. Das geht ja noch, das ist positiv, aber 5,15% Downside Risk. Also hier im Oktober gab es die größten Rückschläge im Jahr und zwar seit 1949. Ich habe Statistiken teilweise bis 1900 oder 1700 irgendwas zurückgemacht. Das ist, egal wie lange Sie gucken, immer relativ gleich. Der Oktober hat das größte Risiko und der September auch ein großes Risiko, nicht ganz so hoch, aber das schlechteste Ergebnis. Schauen wir uns an, wie das verteilt ist. Wir haben im September 57% der beobachteten Monate seit 1949 sind positiv. Im Oktober sind es jetzt 63%. Das bedeutet, der Oktober kann durchaus ein guter Monat sein. Also zwei Drittel der Monate, fast zwei Drittel, 63%, waren positiv. Allerdings die 37%, die negativ waren, die waren richtig schlecht. Also wenn es knallt, dann richtig, kann aber auch ganz gut laufen. Schauen wir uns den Verlauf des Oktobers an, also der Chart des Monats. Dann sehen wir hier die MINT-farbene Kurve. Das ist der Verlauf eines normalen Oktobers. Die schlechten Monate haben hier nicht so ein starkes Gewicht wie in der goldenen Kurve, dem Mittelwert. Hier werden alle Werte gleich stark gewichtet. Während im Median, da wird ja der mittlere Wert rausgepickt. Der ist dann nicht so empfindlich für Extremwerte. Was wir anhand der Kurven sehen können, ist, dass die Extremwerte sich nicht aufheben. Also wenn wir Extremwerte positiv und negativ hätten, dann würden die sich aufheben. Dann wäre die goldene Kurve näher an der MINT-farbenen Kurve. Aber sie ist deutlich drunter, und zwar mit einem großen Abstand. Das bedeutet, dass wenn es Ausreißer gibt, Außergewöhnliche, dann richtig nach unten. Und das Risiko fängt eigentlich schon nach der zweiten Woche an, regt sich dann wieder ein bisschen ab. Und dann geht es richtig auseinander, wie in keinem anderen Monat. Also das heißt, bis zum 18. oder bis zum 15. zu dem Drehrum sieht es noch normal aus, sage ich mal, normal gefährlich. Und dann nimmt das Risiko für fallende Kurse ganz extrem zu. Und das dreht dann so kurz vor Halloween, 27. oder 28. dreht es. Und der Markt geht dann oft nach oben. Deswegen ja Halloween-Effekt. Ich kann mir auch vorstellen, da wir viel Sessionalität haben und auch extrem hohe Kurse, also Kurs-Gewinn-Verhältnisse und so weiter, schauen Sie sich das fundamentale Video an, das ich letzte Woche gemacht habe. Dann wissen Sie, wovon ich rede. Also die Aktienbewertungen, gerade bei den Large Caps, bei den großen Unternehmen, bei den US-Tech-Werten, ist doch relativ hoch, muss man sagen. Das Niveau von dem her kann es gut sein, dass hier nochmal eine Korrektur kommt, wie im August vielleicht, vielleicht nicht ganz so stark. Das wäre ganz normal. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Wahl hier auch noch, sage ich mal, einen großen Einfluss hat. Denn, das habe ich wissenschaftlich in der Studie auch belegt, dass die US-Wahl tatsächlich einen Einfluss auf die Sessionalität hat. Aber nicht in allen US-Wahljahren, aber im US-Wahljahr und im Nachwahljahr und im Vorwahljahr, da gibt es Einflüsse im Mittelwahljahr nicht so stark. Wie der Einfluss aussieht, das schauen wir uns anhand des Charts an. Wir sehen hier, dass in Wahljahren der Oktober ganz gut anfängt und dann aber nach unten geht und auch wieder dreht, ein bisschen verspätet ab 29. Also Richtung Wahl geben die Kurse in der Regel nach. Wir schauen uns das nochmal in der Länge an, damit wir den November bis zur Wahl auch noch sehen. Das ist hier die blaue Kurve, das ist das Wahljahr. Da sehen wir eben diesen Aufschwung, den wir ja hatten. Ein bisschen verzögert, ein bisschen verschoben, aber es sah tatsächlich ja so ähnlich aus wie diese Statistikkurve. Jetzt ein Rückgang, dann wieder hoch, dann wieder ein Rückgang und dann geht es hier ab, das ist so Anfang November. Der 25. ist hier, da ist der 9. Oktober. Also hier fängt der Oktober an, dann geht der Oktober runter, dann geht es wieder ein bisschen hoch, runter, bis dann hier ist so die Wahl und dann geht es nach oben. Also das heißt, bis zur Wahl rechne ich eher auch mit so einer Zickzack-Bewegung, mit sinkenden Kursen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so oder so ähnlich aussehen wird. Ja, das ist so meine Zusammenfassung, meine Erwartung für den Oktober. Es wird ganz spannend. Man merkt ja auch im Moment, wenn man jetzt so auf Tagesbasis betrachtet, dass der Markt nie so eine klare Richtung hat. Er fängt stark an, fällt dann aber zurück oder fällt ab, hat dann einen kurzen Aufschwung und fällt dann wieder zurück. Also der Markt ist im Moment am Suchen und am Abwarten, auch für neue Impulse. Und was natürlich ganz wichtig ist, im Oktober haben wir die Quartalsbilanzen. Das dritte Quartal wird publiziert und hier warten natürlich viele Anleger, was kommt da raus. Und die Aktienrückkäufe und die Reaktion auf die Quartalsbilanzen starten eben nach Halloween. Deswegen der Halloween-Effekt, da kommt dann oft neues Geld und dann dreht der Markt nach oben, während er im Oktober ja doch oft schwach ist. Und davon wollen wir mal ausgehen und werden spannenderweise den Markt weiter beobachten. Und ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder dabei. Abonnieren Sie den Kanal, das kann nur helfen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Ihr Thomas Hob Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.